Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GRID 2 Multiplayer, heute mal im Demolition Derby Modus mit dem Filmu und dem Markus. Hallo. Bin da gerade am Chips snacken ist oder was? So, dann würde ich mal sagen, ist aufs Maul hier, wa? Und Sennox ist gleich vor mir. Jo, klar. Ich bleib stehen. Ich bin ein Opfer. Oh. Lol. Lol. Jo, that car is finished. Erstmal die Wand entlangfahren. So. Bam, voll gegen die Wand geflogen. Jo, klar. Ich bin ein Fuck-Franzose. Ich dreh dich. Lol. Ja, da haben wir uns mal kurz getroffen. Oh. Alle meine Reifen sind nicht mal ganz so dicke. Alter, echt jetzt. Okay, ich gehe das ein bisschen gemütlich an. Dann chillig, dass ich wenigstens noch ins Ziel komme. Nicht so wie der Markus hier vor mir. Wow, ich bin weg, Alter. Oh, lol. Lol. Da kam der entgegen. Ganz toll. Der spielt entgegengefahren. Ja, ich habe es gesehen. Alter, die fahren mir alle entgegen. Was ist das? Ja, wir auch. Ich bin auch draußen. Ja. Wie. Ich habe Sennox erst mal in diesem Ding zeigen. Du bist mir genau reingeflogen, als ich rumgeflogen bin. Juhu, Alter, noch einen erwischt. Alter, das ist echt krass. So, ich muss nur fucking noch eine Runde fahren. In 60 Sekunden geht sich das aus. Ja, müsste sie ausgenehmt. Ja, klar. Oh, Alter, es hat dich geklärt. Das sind immer die Bobs, die überall entgegenkommen, Alter. Ja. Mein Fahrzeug ist auch fast nicht mehr steuerbar. Aber ins Ziel komme ich noch. Ins Ziel komme ich noch. Weißt du, das ist immer so nervig, wenn du gar nicht weißt, wo die Leute rumstehen. Leute haben mich darauf verloren. Derjenige, der dir den Wagen abgekauft hat, den würde ich einem eine Schelle geben, weil so einen Wagen würde ich nicht mehr nehmen. Du bist so zählt, wie der ist. Ja, klar. Weil man den auch in dem Zustand kauft. Hey, ich bin 7. Alter, das war der Pierre Scribaud, ein kack Franzose, der da entgegengefahren ist. Ja, ja. Deswegen kommt er jetzt nicht ins... Verstehst du? Und für das, für so ein Bullshit zu machen, bekommt er auch noch Punkte, Alter, weißt? Das ist richtig, das ist richtig dumm, was der da gemacht hat. Komm, wir bleiben jetzt einfach im Ziel stehen, wir bleiben einfach stehen beim Start und alle. Okay, das kann man wirklich machen. Ja, was? Gesamtpunktzahl 76, Alter, wie lange spielen die denn schon? Keine Ahnung. 2.300 Bar. Kann man die Autos eigentlich auch aufwerten? Ach, das war jetzt schon... Okay, das ist jetzt schon vorbei. Okay, ja, dann hängen wir gleich noch eine an, weil... Normalerweise sind mehrere... Dinger angestellt. Das ist wahrscheinlich die letzte Runde. Ja. Wahrscheinlich. Warum sind die beiden grün, hä? Bereitmelden. Gibt keine... Oh, okay. Die sind halt ganz grün hinter den Ohren. Ah! Oh Gott. Der war richtig schlecht. Das Lachen dazu, wie so eine gefährte Frau. Ah! Oh, ne Witz. Die Dwight Stadion. Alter, warum gehen die denn alle raus? Ja. Voll geil, Alter. Können wir stehen bleiben? Guck mal. Können wir Kaffeeklattchen machen durchs Auto so. Jetzt wäre das doch mal fertig, ey. Guck mal, die gehen alle raus. Ja, weißt du, weil der Noob Franzose wieder hier host ist. Alter, lass mal, lass mal einfach so machen. Wir verbünden uns gegen ihn. Lass das doch mal machen. Wir fahren zu dritt einfach so und wenn einer kommt, haben wir die alle mit zu dritt alle weg. Wie ist das, Mann? Na, wir gucken halt einfach... Oh, jetzt geht's alle raus, Alter. Was soll denn da? Ja, noch einer. Jetzt ist nur mehr der Host und wir. Okay, gehen wir raus. Geh mal raus, komm. Damit der Host all alone ist. Äh, wie geht man raus? Ich geh mit der Party raus. Wird's zu spät. Oh, jetzt kann ich dich wieder einladen. Ah, doch, ich hab... Okay. Doch, ich bin noch bei euch drin. Okay. Ja, ganz ehrlich, mit solchen Bobs wollen wir auch nicht spielen. Wir wollen nur mit ordentlichen Nutzer definiertes Spiel. Nimmst du noch auf, oder? Ja, ja. Was? Leute, es ist nur mehr der. Jo, weiß ich nicht. Na, dann lass es halt warten. Und kurz einen Cut machen, oder? Ups, schau. Weiß ich nicht. Ich guck mal. Ansonsten gibt's hier einen Cut. Verbindung fehlgeschlagen. Okay, kann man eigentlich vergessen, ne? Ja. Ja, das war dann eine etwas kürzere Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.